Im folgenden Video zeige ich euch unser Schlafzimmer und das Gästezimmer. Im Schlafzimmer steht unser Doppelbett mit zwei Nachttischchen. Hier geht es raus in den Balkon. Seit wir eine Ankleidung haben, haben wir im Schlafzimmer keine Kleiderkasten mehr. Das Gästezimmer ist zwar nicht so gross, aber es ist ganz gemütlich. Und in diesem breiten Bett schläft es sich herrlich. Hier seht ihr auch noch, was eines meiner Hobbys ist. Das Gästezimmer geht es sehr gut. Sollte Gästezimmer ist wieder etwas Geschmack properly. Jetzt wird das Gästezimmer inein.